Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsen Akademie. Inside Markets hier vom Frankfurter Börsenparkett. Zum ersten Mal in 2020 ein gesundes und schönes neues Jahr wünschen wir euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Trendfolgesystem Bluestar. Und das erklärt uns Wolf Dreistein von der Trading House Börsen Akademie. Wolf, schön, dass du hier in Frankfurt bist. Wie ist denn Bluestar entstanden? Ja, vielen Dank für die Einladung, Manuel. Bluestar, ja, letztendlich, wir sind schon seit Jahren auf der Suche nach dem bestmöglichen Handelsansatz. Wir kennen uns aus mit Markttechnik, mit Indikatoren, Oszillatoren. Und wir sind immer auf der Suche nach dem heiligen Gral des Tradings. Ich kann dir sagen, gefunden haben wir ihn nicht, aber wir sind verdammt nah dran. Und was macht dann Bluestar aus? Nun, Bluestar ist eine Kombination aus eben all diesen drei Komponenten. Indikator, Oszillator und Markttechnik. Wieso ist diese Kombination notwendig? Nun, ganz einfach. Der Indikator, der gibt dir Aufschluss über die Trendstärke, die Trendlänge. Der Oszillator über die potenziellen Umkehrpunkte. Und schlussendlich ist die Markttechnik notwendig für den konkreten und richtigen Einstieg. Kann man denn sagen, wie erfolgreich das Ganze ist? Nun, Prognosen für die Zukunft sind immer schwer. Garantie an der Börse gibt es bekanntlich keine und ich werde mich hüten, etwas zu sagen. Schlussendlich kann man immer in die Vergangenheit schauen und da sehen wir, dass Bluestar durchaus pro Woche mehrere Punkte erreichen konnte, beziehungsweise Trendbewegung von mehreren hundert Punkten erreicht hat. Bei welcher Tradingfrequenz? Zwei bis drei Trades pro Tag. Mehr ist es nicht. Das klingt sehr gut. Gibt es denn da auch Verlusttrades? Selbstverständlich. Es gibt keine Strategie oder kein Setup ohne eben Drawdown-Phasen. Auch hier ist es so, dass es natürlich Verlusttrades gibt. Die Verluste werden allerdings sehr schnell erkannt. Das heißt, der Trendabbruch wird schnell erkannt, wird durch den Indikator oder Oszillator angezeigt und man verlässt den Markt mit einem überschaubaren Minus. Für wen ist das was? Ist das auch was für den Anfänger oder für den Profi? Absolut. Es ist eine Strategie oder ein Setup, welches der Anfänger sehr leicht umsetzen kann und es dem Fortgeschrittenen gut hilft, erfolgreicher an der Börse zu agieren. Wir gucken uns auch gleich das nochmal genauer an auf ein paar Folien, die du mitgebracht hast. Aber zuerst schauen wir auf den Veranstaltungshinweis der Tradinghouse Börsenakademie. Jede Woche reden wir hier über die kostenlosen Börsenseminare der Tradinghouse Börsenakademie und heute haben wir mit Wolf jemanden hier, der diese Kurse auch gibt. Was sind denn die Inhalte von den Kursen? Nun, das Ganze, das sind eben Tagesseminare, die in der Regel von 10 bis 16 Uhr stattfinden. Das Ganze beginnt morgens mit Börsenpsychologie, typische Fehler. Das heißt, all das, was der Anfänger falsch macht, Gierangst, kleine Gewinne, große Verluste, Verlustpositionen aussitzen. Ganz, ganz wichtige Themen, die wirklich jeder beherzigen sollte, um diese Fehler zu vermeiden. Danach folgt eine Erklärung, wie das mit den Derivaten funktioniert. Was sind CFDs, Contracts for Difference? Was bedeutet das Ganze im Zusammenhang mit der ESMA? Ja, und schlussendlich sprechen wir natürlich am Nachmittag auch über Bluestar und ich erkläre, wie man Bluestar richtig parametriert, wie man es richtig einsetzt. Ein Gastdozent wird immer sein, der André Stagge oder der Markus Fugmann, die natürlich das Seminar dergestalt bereichern, als dass sie auch wirklich Ausblicke geben oder konkrete Handelsstrategien vorstellen. Jetzt muss ich auch hier nochmal fragen, kann da wirklich jeder was mitnehmen, auch wenn man vielleicht eher so am Anfang ist? Auf jeden Fall. Diese Seminare sind wirklich der Grundstein für erfolgreiches Trading an der Börse. Es ist kostenlos, wir machen das wirklich in vielen, vielen Städten Deutschlands. Du siehst es, es hat sich noch nie jemand beschwert, es war immer sehr, sehr gut angenommen worden. Also keine versteckten Kosten irgendwie durch die Hintertür? Absolut nicht. Das Einzige, was wir nicht zahlen, ist das Parkticket für die Tiefgarage. Wie du schon angesprochen hast, hier sehen wir auch die ganzen Termine. Also wir kommen oder die Trading House Börsenakademie veranstaltet diese Seminare in vielen, vielen Städten. 13.1. in Berlin, da werde ich auch kurz vorbeischauen. Und da geht es weiter mit Frankfurt, München, Hamburg, Köln, Stuttgart, Düsseldorf. Also für jeden was dabei, dass man nicht so weit fahren muss. Und ja, klingt interessant. Also viele Tipps und Tricks, die ihr da verratet. Wolf, lass uns nochmal weiterschauen auf Blue Star. Kannst du uns da zu den einzelnen Komponenten vielleicht auch mehr sagen? Ja, gerne. Fangen wir direkt an mit dem Fibonacci Retracement. Hier beziehen wir uns auf die Marktechnik. Das heißt, das Fibonacci Retracement zieht eine Linie über die letzten 150 Kerzen. Das wäre die Standardeinstellung. Und unter das Tief der letzten 150 Kerzen. Der untere Bereich ist interessant für den Einstieg auf der Longseite. Und der obere Bereich eben für die Short Trades. Und bei dem Oszillator ist es tatsächlich so, er basiert auf der Stochastik. Es ist also keine wirklich neue Erfindung. Allerdings haben wir den Oszillator ja, tatsächlich simplifiziert. Der Gestalt, dass wirklich jetzt auch der Anfänger damit vernünftig arbeiten kann. Das heißt, grüne Pfeile sind ein Long-Signal. Rote Pfeile sind ein Short-Signal. Wie wirken diese Komponenten alle zusammen? Dann müssten wir noch eine Linie weitergehen. Jetzt haben wir erstmal den Indikator. Der liefert konkrete Buy-Signale oder Sell-Signale. Und jetzt noch eine Folie weiter. Dann sehen wir das Zusammenspiel dieser drei Komponenten. Bedeutet, hier haben wir jetzt den Bereich, wo wir Short gehen. Im oberen roten. Jetzt brauchen wir ein Sell-Signal im Indikator. Dazu einen roten Pfeil, den wir hier sehen, im Oszillator. Und wie gesagt, das Ganze muss im roten Bereich des Fibonacci Retracements sein. Das wäre ein konkreter Short-Einstieg. Gibt es Ausnahmen von diesen Regeln? Okay, selbstverständlich. Schauen wir uns einmal die nächste Folie an. Ich sagte, wir gehen immer Long im grünen oder Short im roten Bereich. Hier sehen wir jetzt eine Kerze, die entwickelte sich im grünen Bereich, lief allerdings aus dem grünen Bereich raus und schloss im, wie wir sagen, neutralen, im weißen Bereich. Diese Kerze würden wir dennoch handeln. Das klingt ja jetzt gar nicht so kompliziert. Kann ich das aber nochmal irgendwo nachlesen? Selbstverständlich. Natürlich auf unserer Internetseite www.trading-haus.de. Da bitte auf BlueStar klicken. Ihr werdet sehen, dort gibt es zwei Videos. Eines, welches erstmal BlueStar erklärt und eines, welches die konkrete Anwendung erklärt. Und wie komme ich dann zu BlueStar? BlueStar bekommen bei uns Kunden ab einer Kontogröße von 25.000 Euro. Wir hatten allerdings jetzt Ende letzten Jahres die Weihnachtsaktion, die ich gerne jetzt in dem Januar noch verlängere. Das heißt, ab 10.000 Euro Kontogröße bekommt ihr BlueStar für euren Metatrader 4 oder 5, der natürlich bei Markets geführt wird. Wolf, danke dir für diese Einblicke. Wirklich sehr interessant, dieses Trendfolgesystem, was ihr da entwickelt habt. Für euch, liebe Zuschauer, schaut doch mal vorbei auf trading-haus.de und guckt euch das mal genau an. Und probiert es am besten auch gleich aus, zum Beispiel in einem der Börsenseminare. Wolf, danke, dass du hier warst an der Frankfurter Börse. Ich bedanke mich. Mal wieder ganz was anderes. Sehr interessant. Wir düsen beide gleich zurück nach Berlin. Das neue Jahr geht natürlich wieder kräftig weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt uns ein Like, kommentiert gerne. Und wir sehen uns ansonsten in der kommenden Woche wieder. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.